Also, wie geht's dir, abgesehen von deinen Träumen? Scharptang geht es immer schlechter. Ich vermisse Fire. Und Quickmans kleines Biest nervt mich andauernd. Fedder, der ist doch voll süß. Sagst du nur, weil du ihn noch nie babysitten musstest und keine Ahnung hast? Typisch Rudellöwin. Missachtet die Meinung einer rudellosen Schwester. Die Bürde von uns Rudellosen. Hauwe? Was? Hast du jemals daran gedacht, dein rudelloses Leben aufzugeben? Eigentlich nicht, nein. Warum? Naja, Scharptang ist nicht mehr in der Lage zu jagen und... Und ich dachte, ich könnte meine Mutter fragen, ob du sie im Rudel ersetzen darfst. Wenn du das möchtest. Ich soll eurem Rudel beitreten? Wieso? Ist das so seltsam? Für mich? Ja, sehr seltsam. Du weißt, was ich von Rudeln halte. Soll das heißen, du willst dich für immer heimlich mit mir treffen? Nothing. Ich verbringe gern Zeit mit dir. Wirklich. Aber du verlangst zu viel von mir. Das musst du verstehen. Du hast recht. Das war dumm von mir. Komm schon, Nothing. Von dumm war nie die Rede. Ich muss langsam zum Rudel zurück. Wir sehen uns später, Hauwe. My pride. Ha 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 ha.